Was tun bei Skoliose? Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheits-Podcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Nehmen wir mal an, der Kinderarzt hat festgestellt, dass ihre Tochter oder ihr Sohn so langsam einen krummen Rücken bekommt, dass sich die Wirbelsäule immer mehr verdreht. Und der Arzt spricht von einer Skoliose, die man behandeln sollte, damit sie nicht immer schlimmer wird. Und jetzt ist die Frage, was tun? Muss es eine Operation sein oder geht auch weniger? Kann man da was falsch machen? Das jetzt ist unser Thema. Bei mir ist Philipp Gigerich. Er ist Therapeut in der Asklepios-Katharina-Schroth-Klinik in Bad Sobernheim. Und diese Klinik verfolgt einen konservativen Ansatz. Schön, dass Sie da sind, Herr Gigerich. Hallo. Skoliose, Rückgratverkrümmung. Können Sie nochmal genauer erklären, was das ist? Also bei der Skoliose ist es eben so, dass die Wirbelsäule verkrümmt ist, also nicht mehr gerade und verdreht ist. Also die Wirbel sind verdreht. Und deswegen, wenn man den sogenannten Vorbeugetest macht, kann man am Rücken Erhebungen sehen. Man kann aber auch Täler sehen. Man erkennt das dann relativ schön auf so eine Art und Weise. Ah, ja genau. Der Patient steht, beugt sich nach vorne, der Arzt steht dahinter oder der Therapeut steht dahinter und sieht dann, ob man so einen kleinen Puckel hat. Ganz genau. Und das ist dann auch mit einem Skoliometer, das ist so wie so eine Wasserwaage, auch ausmessbar. Und da kann man die verschiedenen Winkel dann errechnen, beziehungsweise sehen. Ja, warum kriegt man das? Also es ist wirklich so, dass die meisten Skoliosen idiopathisch sind. Das bedeutet, man weiß nicht, wo sie herkommen. Wir haben aber auch ganz viele in der Klinik. Ja, meine Mama hat auch Skoliose und ich habe es vererbt von meiner Mama. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Arten der Skoliose und auch, ja, wie dreht sie auf? Ja, stimmt das, dass die immer schlimmer wird, wenn man das nicht behandelt? Also es kann definitiv sein. Ja, es ist immer so ein bisschen abhängig von den Faktoren, wie alt ist jemand und vom Bindegewebe. Und ich brauche natürlich auch Voraussetzungen, dass das schlimmer werden kann. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt seit vielen, vielen Jahren 20 Grad Skoliose und mir wird nicht schlechter. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, bei denen nimmt die Skoliose zu, wenn nichts getan wird. Was man ja wahrscheinlich auch schon in der Behandlung sehen kann, ob die sich weiter, ob sich die Wirbelsäule weiter verschrauben wird. Das ist ja so eine Schraubenbewegung, glaube ich, oder? Also es kommt noch darauf an, was für eine Arzt der Skoliose wir haben. Wir haben lumbale Skoliosen, wir haben thoracale Skoliosen, also eher in der Brustwirbelsäule. Und das verdreht sich so ein bisschen gegeneinander. Und deswegen kann man eigentlich mit einer Schrauben, ja, kann man so vergleichen eigentlich. Es ist aber so, die kommen auch öfter zu uns, unsere Patienten. Und deswegen kann man da recht schön den Verlauf sehen. Bleibt es gleich, wird es schlechter und muss dementsprechend dann natürlich reagieren. Ja, ich glaube, es ist ein Teil auch der Behandlung zu sehen, wie die Veränderung ist, oder? Das ist so eine, das geht nicht auf den Punkt, sondern genau, darüber reden wir ja gleich noch ein bisschen, dass das so eine Peu-à-Peu-Geschichte ist, so nach und nach. Aber vielleicht erst mal grundsätzlich, Operation ist immer gleich was, was so im Raum steht, wo man auch denkt, oh Mensch, braucht meine Tochter das oder mein Sohn und was passiert dann später? Grundlegend, welche Möglichkeiten gibt es, Skoliosen zu behandeln? Also, wie Sie das schon gesagt haben, eine OP ist natürlich immer im Raum, wenn es eine starke Skoliosen ist, aber dass wir in unserer Klinik verfolgen einen konservativen Ansatz. Das heißt, wir wollen über Physiotherapie, über, bei uns ist es die dreidimensionale Therapie, nach Katharina Schroth eigentlich auch sehr, sehr bekannt, und begleitend dadurch mit einem Korsett versuchen, das so in die Bahn zu lenken, dass eben diese OP nicht notwendig ist. Das heißt also, diese, also konservativ heißt ja immer ohne Operation. Also konservativ heißt ja nicht alt, sondern konservativ heißt, man geht, man versucht es erstmal auf eine Art und Weise, die nicht so invasiv ist, die nicht eindringt. Dieses Korsett, Sie haben da ja so eins dabei, können Sie uns das mal zeigen? Genau, also das sieht so aus. Und in diesem Korsett sind hier zum Beispiel Druckpolster und wenn die Wirbelsäule quasi in der Brustwirbelsäule nach rechts gebogen ist, haben wir hier einen Druckpolster und das drückt die Wirbelsäule wieder zur Mitte. Auf der anderen Seite gibt es sogenannte Löcher und das sind so Stellen, wo sich die Wirbelsäule eben hin ausweiten soll. Ja, wie alt ist die Person, die dieses Korsett tragen soll? Also das ist wirklich ein ganz kleines Korsett. Ich sag mal, acht, sieben, acht Jahre, das ist wirklich ein Kinderkorsett jetzt. Ein Kinderkorsett. Und wie lange würde dieses sieben, achtjährige Kind das Korsett tragen am Tag? Das ist auch abhängig von der Stärke der Skoliose. Wir haben wirklich Patienten, die müssen ihr Korsett 22, 23 Stunden tragen und das auch nachts, was natürlich sehr, sehr schwierig ist. Ja, das ist Hartplastik und damit dann zu schlafen ist natürlich nicht einfach. Ja, ja, auch gleich noch ein Thema für uns. Ich wollte nochmal zurück zu dieser Therapie nach Katharina Schroth. Also das ist eine, das eine ist eine Korrektur von außen durch so eine, durch ein Korsett. Das ist das eine. Was macht noch diese Therapie aus? Also die Therapie macht, also wir haben, wie gesagt, verschiedene Arten von Skoliose und wir versuchen durch Muskelaktivitäten, Muskelanspannungen, versuchen die Wirbelsäule eben wieder zur Mitte zu bringen. Man muss sich auch vorstellen, zum Beispiel bei einer Skoliose in der Brustwirbelsäule sind auf der einen Seite die Rippen ganz weit auseinander, auf der anderen Seite die Rippen sehr, sehr eng zusammen. Und dann versucht man eben diese engen Rippen wieder auseinander zu bekommen, sie zu strecken, sie aufzudehnen und auf der anderen Seite eben, wir sagen dazu, raffen. Und auch in der Lendenwirbelsäule spricht man von unterschiedlichen Muskelspannungen, eine starke Muskulatur, eine schwache Muskulatur und dann eben diese schwache Muskulatur zu trainieren, ganz explizit. Und das ist eben das Ziel von Schrot, nicht den ganzen Körper einfach so zu sehen, sondern einzelne Stellen des Körpers zu korrigieren. Ja, auch anders zu integrieren. Also ich meine, stellen wir uns vor, ich hätte eine 14-jährige Tochter und da hätte jetzt der Kinderarzt gesagt, damit sollten wir mal was machen. Und jetzt sind wir bei Ihnen. Und das Mädchen hat ja sicherlich keine übermäßige Lust auf dieses Korsett, würde ich mal sagen. Absolut. So. Und auf Übungen in irgendeiner Art, weiß ich nicht genau. Versuchen Sie auch eine andere Grundeinstellung da vielleicht zu erzeugen? Das ist eigentlich das Allerwichtigste bei uns in der Klinik. Man muss sich das immer vorstellen. Ein Mädel kriegt die Diagnose Skoliose. Dann bricht erstmal eine Welt zusammen, sowohl für das Kind als auch für die Mutter. Ich bin alleine mit meiner Skoliose, niemand anders hat Skoliose, nur ich. Und dann komme ich in so eine Klinik und sehe, wie viele Leute, wie viele Menschen von sieben bis ins hohe Alter Skoliose haben. Und allein das zu sehen und sich auszutauschen und zu merken, ja, ich bin nicht alleine damit, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema bei uns in der Klinik. Ja. Sind die meisten so in dem Alter, 14? Also es fängt bei uns wirklich ab sieben Jahren an, weil das auch sehr, sehr kompliziert ist und deswegen ist sieben so die unterste Grenze. Und die meisten sind tatsächlich zwischen 14, 16, 17. Aber wir haben durchaus auch sehr, sehr viele erwachsene Patienten bei uns, die natürlich, die Schmerzen werden stärker. Was kann ich tun? Und die kommen zu uns eben, um diese Schmerzreduktion zu erlangen. So, aber jetzt zurück zu dem, zu der 14-Jährigen. Wir sind jetzt also bei Ihnen. Wir haben sicherlich irgendwie ein Erstgespräch gehabt. Wahrscheinlich auch eine Erstuntersuchung, nehme ich mal an. Es gibt drei Untersuchungen, ärztliche, wo dann eben auch Begleiterkrankungen vielleicht oder immer festgelegt wird, was machen wir jetzt genau mit dem Kind, in welcher Intensivität. Und dann eine physiotherapeutische, wo eben geschaut wird, ist es eine Thorakale, ist es eine lumbale Skoliose oder vielleicht auch ein Rundrücken. Und das sind eben so die ersten Steps. Ja. Und dann, wenn das Kind nicht schon ein Korsett bekommen hat von einem vorbehandelnden Arzt, dann, vorausgesetzt, das würde weiterhelfen dann von Ihnen, würden Sie, dann bekäme ich das Korsett bei Ihnen sozusagen? Bei uns in der Klinik nicht. Ja. Wir haben einen Korsettbauer, mit dem wir zusammenarbeiten und da bekommen Sie die Empfehlung und können da direkt auch einen Termin ausmachen natürlich und können sich da Korsett versorgen lassen. Genau. Und dann sagen Sie, jetzt üben wir mal das Atmen. Das hat jetzt mit dem Korsett eigentlich relativ wenig zu tun. Das ist dann diese dreidimensionale Therapie. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass es Täler gibt und diese Täler wollen wir beatmen. Das ist, wenn man das das erste Mal erklärt in einem Gruppensetting, entweder Sie lachen oder denken, was ist denn jetzt mit dem los? Und da gibt es sogar eine extra Atemtherapie, die die haben, wo quasi dann eine Hand aufgelegt wird und atme mal meine Hand weg. Wo man auch richtig spüren kann, dass die Rippen wieder auseinander gehen durch diese Atmung. Und das ist ein Ansatz eben von der Schrottherapie. Okay. Dann heißt das ja eigentlich, dass man schon alles in sich hat. Auf jeden Fall. Also es ist auch bei Schrot so, man braucht nicht viele Sachen. Bei uns, die Haltungsschulung ist eine ganz, ganz extrem wichtige Sache. Wir reden von einer Gewohnheitshaltung. Ich bin gewohnt vielleicht so zu sitzen, weil meine Schulter steht hoch, ich hänge hier drin. Und das eben bewusster zu machen, bewusster zu sagen, okay, ich muss mich anders hinsetzen, sonst geht die Wirbelsäule vielleicht immer, immer mehr. Ich muss dagegen lenken. Und das ist ein absolut wichtiges Thema für uns, die Haltungsschulung. Und nach dieser Untersuchung ist dann die Patientin bei Ihnen oder der Patient ambulant oder stationär? Also wir haben eine stationäre Reha bei uns. Das ist eine stationäre Reha, was wir haben. Das ist zwischen drei und fünf Wochen. Also die meisten bleiben drei bis vier Wochen. In ganz, ganz seltenen Fällen sechs Wochen. Und so lange bleiben die bei uns. Das kann sich so ein bisschen vorstellen wie so ein kleines Schullandheim. Sehr viele Jugendliche da sind, die essen da, die gehen aber auch zur Schule da und haben ihre Hausaufgaben mit dabei. Und den Tag über machen die viele, viele Übungen. Und die große Frage ist ja, vor allem von den Eltern, kann man mit dieser Schottherapie die Operationen verhindern? Also unser allerhöchstes Ziel ist, diese Operationen zu verhindern. Trotzdem müssen wir ab gewissen Gradzahlen die Kinder, die Eltern, wie auch immer alle Beteiligten zumindest informieren. Ja, es ist, wir sagen nicht, du musst operiert werden. Es ist die Entscheidung von einem Kind, von dem Kind. Aber wir müssen zumindest sagen, was die Option ist, ja, warum operieren. Warum ist es sinnvoll in deinem Fall? Oder einfach Empfehlungen geben. Aber wir werden niemandem sagen, du musst dich operieren lassen. Aber in manchen Fällen, bei manchen Gradzahlen ist es schwierig. Ja, okay, das ist schon klar. Also bei einer starken Spoliose wird es dann sicherlich, muss man dann darüber nachdenken. Aber es scheint ja so zu sein, dass in vielen Fällen das auch zu verhindern gewesen ist, dann durch die Therapie. Definitiv. Und das macht uns auch immer wieder happy, wenn wir hören, ich habe mich verbessert. Ich habe zu Hause intensiv weitergemacht. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass sie eben intensiv zu Hause weiter schroten. Und dann kommen wirklich so tolle Sachen raus. Einmal diese Übungen, aber auch Korsett. Man kann es aber auch nicht pauschalisieren. Wir können nicht sagen, mach deine Übungen, trag dein Korsett und es wird tausendprozentig besser. Das können wir nicht. Das ist immer abhängig von dem jeweiligen Menschen. Und wenn jetzt also unsere 14-Jährige von Ihnen wieder nach Hause kommt, was genau hätte sie da zu tun? Also sie kriegt bei uns einen Pool, ich würde sagen von zehn Übungen. Und wenn sie nach Hause geht, kriegt sie Übungen an die Hand, ich sage mal vier, fünf, die mit ganz, ganz einfachen Hilfsmitteln machbar sind zu Hause. Und da muss ich halt dranbleiben. Und das ist das Schwierige. Einfach zu Hause zu sagen, okay, ich bin eisern, ich bleibe dran. Es gibt aber auch ganz viele Physiotherapeuten. Wir bilden die aus in unserer Klinik nach Schrot. Und wo dann quasi ein, wenn ich jetzt aus Hamburg komme, sagen kann, okay, ich gucke nach der Postleitzahl. Ah, hier ist eine Physiotherapeutin, die nach Schrot praktiziert. Und da gehen die auch ganz, ganz oft hin, um das eben auch nochmal kontrollieren zu lassen. Eine Art Nachsorge, draufsehen und so weiter, Erfolge bemerken. Okay, vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!